ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde warcraft 3 ich bin ram und heute spiele ich ein 1w1 ranked game habe mich für undet entschieden mein gegner spielt human und das ganze auf der map nördliche inseln ja das letzte 1w1 ist jetzt schon ein paar tage her wenn ich mich nicht total irre war das ziemlich lange game was wirklich sehr intensiv geführt wurde leider mit dem schlechteren ende für mich das will ich im heutigen geben auf jeden fall besser machen ich habe den letzten tage ja doch ein bisschen mehr wieder gezockt also sollte ganz gut klappen schauen wir mal gegen human auf jeden fall eine ghoul build order die verdammten ich überlege ob ich vielleicht sogar mal mit dem licht starte eigentlich auf dieser map habe ich ja meistens den crypt lord first gespielt tot soll herrschen ich bin mir auch noch nicht ganz sicher mit freunden ist auf jeden fall schnell das zweite zigwart und dann schicke ich den abgelüten gleich mal runter zum scouten gucken wie der gegner baut okay ich hatte den vorteil dass im early schon eine menge damage rüberkommt der slow dadurch hat jetzt der gegner schwer zum micron man kann ziemlich easy mal was zu raunten nachteil von mich hält ja er hält nicht viel aus mir fehlen die beschwörung im vergleich zum schritt dort auf jeden fall die ganzen käfer so ziemlich offen versuche ich mal ein bisschen mit dem mountain king einfach zu locken unsere streitkräfte werden angegriffen so ich habe ich auch die neuen akkulüten den habe ich da unten verloren die verdammten stehen bereit ich habe nicht mehr so weiter geht's nächsten grünen clip spot also mit dem mountain king ist es ja auch halt nicht so leicht zu expandieren wie mit dem arknight empfehlen halt auch die worte elemente und jetzt ist halt die qual der wahl ich gehe hier expandieren oder direkt runter ich gehe expandieren und danach runter ich hoffe dass der gegner nicht so schnell ist ja komm leitet mich ich habe mich versuch die beschwörung ist abgeschlossen euer befehl meister euer befehl euer befehl euer befehl euer befehl hallo ist man der vitalität eigentlich habe ich mit dem licht immer lieber die damage items aber gegen eine mountain king kann das echt von vorteil sein so jetzt brauche ich schnell den friedhof ich dann noch ein paar tower ausbauen kann euch steht zu ok jetzt mal gucken wie weit der gegner ist es ist vorher bestimmt ah haha also das bessere timing für mich Nova war jetzt nicht die beste die kälte oh so sei es und teufel was ist nur was leider zwei rivalen bekommen mich jetzt auch äh mountain king jetzt auch stufe 3 würde ich sagen jetzt muss ich mich erstmal wieder zurückziehen ja durch euer wort euch stets zu diensten so sei es eiskalt ja vielleicht werde ich gleich porten müssen ich habe mich mehr so erschroren unsere freikräfte werden angegriffen die beschwörung ist abgedreht der auch sehr angestanden ok alles gut die beschwörung ist abgeschlossen es ist mehr gold erfordere befehl so sei es er versucht wieder zu expandieren euer befehl durch euer wort ausbau abgesichert und somit gehe ich natürlich schnell runter meine exe läuft jetzt naja baut jetzt erstmal ein paar tower allerdings habe ich glaube ich oben noch ein paar wenig akkulyten drin ja muss ich ja so warten bis der tech durch ist tot und teufel es ist halt schön dass er auf riflemen geht wie kann er gegen den licht halt ja nicht halb so gut euer befehl dort kann ich nicht beschwöre euch mit vorst zu diensten leitet mich erstmal auf den tower der gerade im ja im ausbau war da gehen sie nämlich extrem schnell kaputt und so ein paar manapower werden echt eklig für mein licht und auch für die skelette da hat doch schon einige rufen dann jetzt aber das ist nicht so wild ja war der falsche ne hehehe oh er kommt ah hätte man einen surround oh durch euer wort tot und teufel oh 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 ha millimeterarbeit so jetzt muss ich in der base aber aufpassen da ja jetzt komme ich doch nicht zum shop zum glück kein mal noch von bau romein licht das macht den flitzer jetzt doch noch jetzt noch richtig schön so kommt der kontrol nicht weg hier und teufel wo soll mein blut vergossen werden nicht ganz gereicht ärgerlich die verdammten stimmbar zu dienst ich bin die dunkelheit unsere straunkportal die verdammten stimmbar und darunter ein tower sollte kein problem sein die verdammten stehen bereit mein schicksal ist besiegelt so und den akkoluten habe ich ganz vergessen in die mine zurückzuziehen jetzt erledigt oh den haben wir denn da komm 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 schiebt mich der block äh blockt mich der creep schiebt mich der block so im moment sieht das alles wirklich extrem gut aus der gegner hat immer noch keine echse so den tower holen wir uns gleich mal weg hier der kauft hier drei ist auch schon bald durch das ist auch da wunderbar die beschwörung ist achten wir uns aber erstmal mal ein bisschen zurück ersten zwei statoren gule sollten auch ans holz mein blut vergossen unsere streitkräfte werden angegriffen ah ergert mich da kundenbischen mein leben für nersul euer befehl bin ich mal ein bisschen zu dicht vorbeigelaufen ich habe mich nersul verschworen ich habe mich nersul verschworen das ist der tür stellen nochmal auf heilen okay genau in der mitte vorbei holen uns den dritten helden die beschwörung ist abgeschlossen ich wünsche nur zu dienen und dann spielen wir nochmal worms mein schicksal ist besiegelt wir verlangen weiteres holz wir verlangen weiteres holz was ist los ich bin leer denn sie sollen sich hüten so euer befehl es ist vorher bestimmt begrüßt das heiltschutzzauber die wollte ich eigentlich gar nicht ich werde jetzt mal die Flöster perfekt kaufen schön gemeinlich tot und teufel ich habe mich nersul verschworen so und gehen wir nochmal zur exe durch euer wort und wenn er dann nicht ist gehen wir weiter zum ein leitet mich eiskalt es ist vorher die beschwörung ist abgeschlossen nochmal gucken wie er reagiert was er bis jetzt hat abgeschlossen euch stets zu diensten euer befehl eine Applantower so ist der Sound er ruft zu den Waffen er ruft gleich alles Frage ist wo seine Armee gerade steckt hinter mir ok verlaufen aber der hat einen Verwundbarkeitstrank also alles cool hier ruft schön drauf schön auf meinen Death Knight ich habe mich nersul so komm jetzt noch eine Norwa jetzt noch eine Norwa ja und das war es mit dem M.K.A.L.E. und das war es mit seiner Armee oh reimt sich ich kann düsten ok eine Runde gewonnen ja war nicht gerade das schwerste Spiel aber man sieht es 4798 immer mehr da geht auch noch einiges und ich hoffe das Game hat euch gefallen und wenn ja Daumen hoch bitte nicht vergessen in diesem Sinne bis zum nächsten Game euer Ramm